Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alameen, wa usalli wa usallimu ala ashraq al-anbiya'i wal mursalin, Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, liebe Geschwister, und herzlich willkommen zum heutigen Vortrag. Heute geht es weiter mit dem Namen Allah subhanahu wa ta'ala, und zwar mit einer weiteren Themengruppe. Wir reden jetzt über einige Namen, die in erster Linie auf die Macht Allah subhanahu wa ta'ala hinweisen. Der erste Name, den wir erwähnen, ist der Name al-Aziz. Al-Aziz. Gibt es jemanden, der den Namen noch nicht gehört hat? Als Name Allahs dürfte allgemein bekannt sein. Al-Aziz oder Abdul-Aziz als Name von einem Menschen, das ist bekannt. Ein weiterer Name mit ähnlicher Bedeutung ist al-Aaz. Wer hat den Namen noch nie gehört? Als Name Allahs, dass Allah al-Aaz heißt. Das ist nicht so verbreitet. Dass er al-Aaz bedeutet. Weiß jemand, was das heißt? Al-Aaz? Ja? Der Stolze. Was ist aber der Unterschied jetzt zwischen al-Aziz und al-Aaz? Ja? Wenn man einfach rechts ziehen möchte. Genau. Also al-Aaz ist was grammatikalisch? Ja, wenn du vergleichst und niemand ist stolzer als der andere. Was ist das? Ja, eine Steigerungsform. Genau. Al-Aaz ist also eine Form, glaube ich, des Superlativs. Der Stolzeste oder auch Mächtigste oder Erhabenste, wie wir noch sehen werden. Also das ist eine Sache, die auch bei dem Namen al-Ali und al-A'la. Allah azzawajal heißt ja al-Ali, der Erhabene und al-A'la, der Erhabenste oder Erhabener. So rum, oder? Also das sind Steigerungsformen, die wir auch bei den Namen Allahs finden. Nun, eine Übersetzung des Namens al-Aziz ist der Überlegene. Die Namen Allahs, so wie viele arabische Wörter, enthalten viele Bedeutungen, nicht nur eine. Und das hatten wir ja zum Beispiel bei al-Hakim. Al-Hakim ist derjenige, der weise ist, aber auch der gebietet. So zwei Bedeutungen, der Urteile fällt. Und so ist es auch mit al-Aziz. Al-Aziz hat zwei Bedeutungen. Einmal der Mächtige und einmal der Erhabene im Sinne von Stolze, der Überlegene. Und deswegen ist das deutsche Wort überlegen gar nicht mal so schlecht. Weil überlegen bedeutet, man hat mehr Macht. Er ist jemandem überlegen, also er ist mächtiger. Und überlegen im Sinne von, er hat mehr Würde, Ehre und so weiter Stolz, wie man das auch nennen mag. Kommen wir zuerst einmal zur Erwähnung im Koran. Der Name al-Aziz wurde im Koran 92 Mal erwähnt. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ Und wisse, dass Allah überlegen und allweise ist. Und Allah sagt, وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُنْ تِقَامٌ Allah ist überlegend und Besitzer von Vergeltungsgewalt. Also er bestraft. Ebenso sagt Allah, وَالْشَمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمٌ Und die Sonne läuft zu einem für sie bestimmten Aufenthaltsort. Das ist die Anordnung des Überlegenden und Allwissenden. Azizun und Ali. Und Allah Azzawajal sagt, أَمْعِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَحَابِ Oder besitzen sie etwa die Schatzkammern der Barmherzigkeit deines Herrn, des Überlegenden, des Unablässig Schenkenden. Wahab bedeutet der Stets Schenkende. Der Name Al-A'az wurde im Koran nicht erwähnt, sondern in der Sunnah. Und wir haben ja schon öfter erwähnt, die Quellen des Islams sind sowohl Koran als auch Sunnah. Deswegen immer diese Frage von vielen, besonders wenn sie den Islam kritisieren wollen, wo steht im Koran dies und jenes? Die Frage ist falsch. Sondern es muss heißen, wo steht im Koran oder in der Sunnah dies und jenes? Weil wir haben zwei Quellen. Zum Beispiel, wo steht Hijab im Koran? Erstmal die Frage ist falsch. Wo steht im Koran oder in der Sunnah Al-Hijab? Und dann sage ich ja gerne, wo steht im Koran. Aber zumindest, dass wir verstehen, wir dürfen nicht nur den Koran alleine nehmen, sondern Al-Koran und auch die Sunnah. Und Allah sagt im Koran, was der Prophet euch auffordert zu tun, das sollt ihr umsetzen. Und was er euch verbietet, das sollt ihr meiden. Und das ist ein Beleg dafür, dass die Sunnah eine Beweiskraft hat, also bindend ist. Das heißt, wenn wir heute mit der modernen Sprache reden, Al-Koran, da ist ein Link auf die Sunnah. Da steht im Koran, wir sollen dem Propheten, sallallahu alaihi wa sallam folgen. In der Sunnah wurde der Name Al-A'az benutzt vom Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, in einem Dikr, also in einem Spruch des Gedenkens Allahs, azzawajal. Und zwar sagte er beim Pendeln zwischen den Hügeln, As-Safa und Al-Marwa. Möge Allah uns die Pilgerfahrt erlauben. Zu den Bittgebeten, die man sagt, gehört, Also da haben wir Al-A'az. Also mein Herr, vergib und sei gnädig. Und sehe über unsere Sünden hinweg. Du bist der Überlegenste und Großzügigste. Al-A'az, der Überlegenste, also Superlativ, und Al-Akram, der Großzügigste. Was heißt nun Al-Aziz oder auch Al-A'az? Beides wird vom Verb abgeleitet. Azz. Azz ist das Verb. Und was heißt das auf Arabisch? Das hat mehrere Bedeutungen. Zum einen bedeutet das Überwältigen, also die Macht, die wir jemanden haben. Du überwältigst, also du besiegst. Zum anderen Kräftigen, also im Sinne von Bestätigen. Und auch Selten sein. Etwas, was selten ist, bezeichnen wir als Aziz. Das bedeutet, wenn ich sage, guter Charakter ist Aziz. Was heißt das? Also der gute Charakter ist selten. Du findest selten jemand mit gutem Charakter. Möge Allah uns erziehen. Also wenn im Arabischen, wenn ich sage, zum Beispiel die Wahrhaftigkeit. As-Sidqu Aziz. Siddq ist die Wahrhaftigkeit. Wenn ich sage As-Sidqu Aziz, was heißt das? Es selten. Wer ist heutzutage noch wahrhaftig? Möge Allah uns zu den Wahrhaftigen zählen. Also Aziz hat auch die Bedeutung selten. Ein Beispiel für die erste Bedeutung, also was, dass es eben im Sinne von Überwältigen ist, ist die Aussage Allahs. Dieser da, mein Bruder, hat 99 weibliche Schafe, ich aber nur ein einziges Schaf. Dann sagte er, vertraue es mir an, gib mir dein Schaf, vertraue es mir an und er überwand, also er überwältigte mich in der Rede. Wa azza ni. Azza, da haben wir das Verb. Was heißt das? Er hat mich überwältigt. Worum geht es hier denn? Was ist das für eine Geschichte? Ja. 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 Welcher Prophet war es? Ich weiß nicht, der Daoud. Daoud, genau, der Vater. Genau. Daoud, a.s. Zu ihm kamen zwei Leute. Da gibt es unterschiedliche, waren es Engel, waren es Menschen. Ist ja egal, auf jeden Fall kamen zwei zu ihm und sie haben ihm gesagt, also sie haben gesagt, wir haben einen Fall, bitte Urteile. Was ist der Fall? Der eine hat 99 Schafe, der andere hat nur einen Schaf. Derjenige, der 99 hat, hat gesagt, hör mal zu, gib mir das und was willst du mit diesem einen Schaf machen? Gib mir das und er hat so sehr geredet, es gibt Leute, die können alles in Gang setzen mit ihrem Gerede. Du willst gar nicht, am Ende unterschreibst du den Vertrag. Also sowas gab es schon immer und dann sind sie zu ihm gegangen und haben es berichtet. Und Dawud, was hat er dann gemacht? Ja? Dawud hat den 99 Schafe gefragt, gesagt, du bist falsch oder du hast etwas Falsches gemacht und daraufhin wurde er gefragt. Genau. Dawud, also hat dann entschieden, dass das falsch war, dass es ein Fehler war. Und dann wurde er getadelt von Allah, subhanahu wa ta'ala, denn Allah sagt und er hat dann gemerkt, dass es eine Prüfung war, so warf er sich nieder und bat um Vergeben. Deswegen in der Niederwerfung der Rezitation sagen wir immer auch und nimm es von mir an, so wie du es von Dawud angenommen hast. Was hat er angenommen? Die Niederwerfung. Weil er hat sich niedergeworfen, Dawud a.s. um Vergebung zu bitten, also damit Allah Azzajal ihm vergibt. So die Frage, die sich die Gelehrten gestellt haben, ja was war denn jetzt der Fehler? Er hat entschieden, das war falsch. Warum nimmst du dieses eine Schaf? Bitte? Einige Gelehrte sagen, sein Fehler war, er hat sich nur die eine Seite angehört und nicht die andere. Andere sagen, nein, darum ging es gar nicht, sondern es ging darum, dass Dawud a.s. so beschäftigt war in der Ibadah und er war König. Ist ja bekannt, Dawud a.s. war König. Er war so sehr beschäftigt mit der Ibadah und dass er, dass diese Leute über die Mauer springen mussten, um zu Dawud a.s. zu gelangen, weil Allah Azzajal sagt ja und ist zu dir die Kunde angekommen, die über die Mauer gesprungen sind. Warum sind sie über die Mauer gesprungen? Ja, weil Dawud a.s. hatte immer Zeiten, wo er nur Allah anbetet. Aber er ist König, also das Leben muss ja weitergehen. Und deswegen sagt Allah Azzajal nach diesem Sujud, ja Dawud, wir haben dich als Kalif eingesetzt. Also Urteile unter den Menschen. Mach deinen Job, erledige deinen Job. Du bist der Richter, du bist derjenige, bei dem Streit oder diese Streitigkeiten geschlichtet werden. Du kannst dich den ganzen Tag nur Allah anbeten. Du musst dich auch um die Menschen kümmern. Wie dem auch sei, wie dem auch sei, das ist nur so der Hintergrund dieser Aya. Was haben wir jetzt hier abgeleitet, dass dieses Verb Azzah bedeutet überwältigen. Also jemanden so überwältigen, dass er eben aufgibt. Die zweite Bedeutung kräftigen im Sinne von was? Bestätigen. Allah Azzajal sagt Ith arsalna ilayhim ushnayni fakadzabuhuma Sieht Fa'azzazna bifalif Als wir zwei zu ihnen sandten, da bezichtigten sie beide der Lüge und so brachten wir durch einen dritten Verstärkung. Fa'azzazna Hier haben wir wieder Azzah dieses Verb. Also wir haben es verstärkt. Wie verstärkt? Indem noch ein dritter Gesandter geschickt wurde. Worum geht es hier? Ja, also ich meine was ist die Geschichte hier? Wer wurde geschickt? Genau Surat Yassi Genau Genau Dritte geschickt Genau Das heißt es gab ein Volk Allah Azzajal schickte zu ihnen entweder Propheten oder sie lebten in der Zeit von Isa a.s. Und Isa hat einige seiner Gefährten dorthin geschickt. Also entweder es waren Propheten die hingegangen sind oder es waren Entsandte des Propheten Isa a.s. Also diese zwei Ansichten gibt es bei den Tafsir-Gelehrten. Wie dem auch sei sie wurden eben danach umgebracht und man hat nicht an sie geglaubt und Allah subhanahu wa ta'ala vernichtete dann dieses Volk. Also der springende Punkt ist hier was wir haben dann einen Dritten als Verstärkung geschickt Allah benutzt hier das Wort oder das Verb Azzah und daher entnehmen die Gelehrten diese Bedeutung dieses Wortes und so nebenbei Al-Quran ist eines der wichtigsten wenn nicht das wichtigste die wichtigste Quelle überhaupt für die Bedeutungen der arabischen Wörter also wenn wir wissen wollen was bedeutet ein Wort dann schauen wir uns an wie wird es im Koran benutzt das ist eines der Methoden um zu wissen was ein Wort überhaupt bedeutet das sind also die Bedeutungen überwältigen kräftigen im Sinne von verstärken oder selten sein und dann haben wir ein Substantiv und das nennt sich Al-Izzah Al-Izzah und dieses Wort wird im Koran auch benutzt und zwar sagt Allah Azzawajal Mankana Yuridul Al-Izzah Falillahil Al-Izzatu Jami'a Wer immer einer wenn immer einer die Ehrwürde anstrebt oder andersrum formuliert wer auch immer die Ehrwürde anstrebt so gehört alle Ehrwürde Allah also wenn jemand Stolz verlangt nach Stolz sucht dann kriegst du Stolz durch was dadurch dass du ein Diener Allahs bist wie Omar sagte wir waren ein Volk welches erniedrigt war genau und dann hat Allah uns die Ehrwürde geschenkt durch den Islam und wenn wir Ehrwürde in etwas anderem suchen außer dem Islam wird Allah uns erniedrigen das heißt wenn du Stolz haben möchtest dann sei ein Muslim das Problem heutzutage liebe Geschwister dass Muslime Minderwertigkeits Komplexe haben dass man sich schämt Muslim zu sein dass man sich schämt sich zu bekennen zum Islam und das darf ein Muslim eigentlich nie empfinden du gehörst zum besten Volk überhaupt in der Welt Geschichte zum besten Menschen und das ist der Prophet Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam das heißt der Name Al-Aziz ist derjenige der überlegen ist also der die Macht hat der bezwingt der die Oberhand hat das ist alles die Bedeutung von Al-Aziz und er ist auch der ehrwürdige stolze würdenvolle also einmal ist es eine Wesenseigenschaft und einmal ist es eine Handlungseigenschaft Unterschied klar einmal geht es um Allah selbst er ist stolz ehrenvoll würdevoll das ist eine Wesenseigenschaft und einmal geht es um Taten Allahs er besiegt er bezwingt er hat Macht über andere da tut Allah etwas ist der Unterschied klar das sind das ist der Unterschied zwischen Wesenseigenschaft und Handlungseigenschaft also einige Namen Allahs beziehen sich auf die Wesenseigenschaft zum Beispiel Al-Jamil der Schöne Allah ist schön oder Al-Alim Allah hat Wissen und einige Eigenschaften oder Namen beziehen sich auf Taten Allahs was er tut was er macht zum Beispiel er vergibt er bestraft und so weiter und so fort diese zwei Formen der Eigenschaften Allahs gibt es Allah besitzt natürlich jegliche Formen der Macht Ibn Kathir Rahimahullah Ta'ala sagt Al-Aziz ist derjenige der die Macht über allem besitzt sodass er alles bezwungen und besiegt hat niemand kann ihm etwas anhaben aufgrund seiner Macht Großartigkeit Gewalt und Stolz also aufgrund dieser Eigenschaften Allahs kann ihm niemand etwas anhaben kann ihm niemand etwas tun Al-Imam Al-Qurtubi Rahimahullah Ta'ala sagt Al-Aziz bedeutet der unbezwingbare das ist auch eine interessante Bedeutung wir haben ja gesagt Al-Aziz ist was derjenige der der Bezwinger der Mächtige ist der Macht hat hier was ist hier die Perspektive die Perspektive von Allah aus so wenn wir aber jetzt diesen Namen verstehen in der Perspektive vom Menschen aus was heißt es für dich als Mensch dass Allah Al-Aziz ist dass du ihn nicht bezwingen kannst wenn er der Überlegene ist was heißt das für dich du wirst jeden Kampf gegen Allah verlieren möge Allah uns bewahren vor den Kämpfen und Allah warnte zum Beispiel diejenigen die Zinsen nehmen Allah rief dann den Krieg aus so erwartet den Krieg gegen Allah und den Gesandten und da muss man nicht lange überlegen wer am Ende gewinnt sicherlich Allah subhanahu wa ta'ala also Imam Al-Qurtubi Rahimahullah sagt Al-Aziz bedeutet der Unbezwingbare der nicht überwältigt und nicht besiegt werden kann Al-Imam Al-Saadi Rahimahullah sagt Al-Aziz ist derjenige der sämtliche Formen der Macht besitzt die Macht der Stärke die Macht der Bezwingung und die Macht der Unbezwingbarkeit also er erwähnt hier drei Formen der Macht die Macht der Stärke die Macht der Bezwingung und die Macht der Unbezwingbarkeit der Macht hat bezwingt du hast Macht oder nicht du hast Macht du hast Macht über was über eine Ameise sehr schön wenn jetzt aber so ein zwei Meter lang zwei Meter breiter Muay Thai Kämpfer antanzt dann kannst du ihn bezwingen das heißt du hast zwar Macht über irgendetwas aber nicht jeder der Macht hat hat auch Macht über allem oder über alles das heißt damit auch keiner überhaupt auf den Gedanken kommt zu sagen ja gut sehr schön Allah hat Macht aber es muss ja nicht halten Allah hat Macht und zweitens Allah bezwingt also er hat immer genug Macht um mächtiger sein als andere dann kommt auch wieder der Einwand aber irgendwann kann es sein dass er bezwungen wird nein er ist der unbeziehbare das sehen wir sehr oft bei gelehrten dass sie immer jegliche Optionen erwähnen damit auch keiner auf irgendwelche faulen Gedanken kommt woher haben sie das das haben sie aus dem Quran selbst Allah sagt also es überkommt ihn weder schlummer noch schlaf ja warum sagt Allah nicht nur es überkommt ihn keinen schlaf punkt ja weil dann vielleicht Experten kommen sagen ja ist ja gut er schläft nicht die ganze nacht aber manchmal ruht er sich aus nein weder schlummer noch schlaf das heißt diese also möglichen Optionen die theoretisch möglichen Optionen werden außer Kraft gesetzt und das finden wir sehr oft weil leider in der islamischen Geschichte natürlich immer wieder Leute versuchen hier irgendwie Lücken zu finden damit man Allah schlecht darstellt oder dass man ihm Mängel zuschreibt subhanahu wa ta'ala also Allah ist der Mächtige er ist mächtiger als alles andere das bedeutet er ist der überwältigende und das bedeutet was das heißt niemand kann ihn besiegen subhanahu wa ta'ala Al-Imam Saadi sagt also weiter damit kann kein Geschöpf ihm etwas anhaben er besiegt die gesamte Existenz und es unterwirft sich ihm und seiner Gewaltigkeit die gesamte Schöpfung die gesamte Schöpfung sagt Al-Aziz ist derjenige der die vollkommene Macht besitzt dazu gehört dass er frei von jedem Schlechten und von jedem Unheil und von jedem Mangel ist schließlich widerspricht dies der vollkommenen Macht das ist jetzt wieder ein weiterer Einblick in diesem Namen also wenn wir von Al-Aziz reden dass er der Mächtige ist was ist die implizite Bedeutung dass er vollkommen ist sonst wäre er nicht der Mächtige ja wenn er nun vollkommen ist bedeutet das was er hat keine Mängel er hat keine Fehler diese Bedeutung sind wichtig für unser alltägliches Leben weil wenn du ein Gebot Allah siehst und das passt dir nicht Schaitan sagt dir gaukelt dir ein flüstert dir ein was ist das für ein Gebot dann musst du sofort diese Imanspritze dir geben aber Allah ist vollkommen er ist Al-Aziz wenn er Al-Aziz ist was war das noch mal es bedeutet er hat keine Mängel wenn er keine Mängel hat dann sind seine Gebote weise das heißt diese Namen Allah die lernen wir nicht um zu singen sondern um sie in unserem Leben zu berücksichtigen das sind wie eine Art Impfstoff ohne Nebenwirkungen dass eben diese Iman Inhalte in deinem Herzen wirken damit du nicht an Allah zweifelst oder an die Gerechtigkeit und die Weisheit Allah subhanahu ta'ala abgesehen von Allah wird auch der Koran mit Aziz beschrieben Allah Azza Jal sagt Das heißt es ist für wahr ein wehrhaftes Buch so wird es übersetzt Qatada gehört zu den Tabi'in einer der größten Tafsir Gelehrten der Tabi'in sagte Allah hat ihm Überlegenheit verliehen weil es seine Worte sind und er ist es der ihn vor der Unwahrheit bewahrt Al-Quran ist Aziz Was heißt Aziz Niemand kann dem Koran was anhaben Wir reden hier über 1400 Jahre und der Koran wird genauso rezitiert wie zur Zeit des Propheten Das Das ist die einzige Sprache liebe Geschwister die so lange überlebt es gibt keine Sprache heute keine Sprache null keine Sprache die heute so gesprochen wird wie vor mehreren hundert Jahren kein also weder Englisch noch Deutsch noch irgendetwas das heißt wenn du zum Beispiel einen Text aus dem Englischen holst vor sagen wir mal 500 Jahren die Jahreszahlen müssen jetzt nicht stimmen aber es geht mir um was eine lange Zeit kein Professor in Englisch kann das verstehen und so ist es in allen Sprachen außer Arabisch gibt einem arabischen Kind eine Aussage des Propheten mindestens wie alt 1400 Jahren gibt es einem arabischen Kind sagt er dir was der sagt der Islam hat fünf Säulen versteht jeder und das ist das Besondere und das ist auch der Grund warum Allah den Koran auf Arabisch offenbart hat weil er wusste dass diese Sprache nicht geändert wird bis Jau Al-Qiyam und das ist Fakt also das ist historisch ein Fakt dass alle anderen Sprachen sich entwickeln und entwickeln und entwickeln natürlich gibt es auch eine bestimmte Art von Entwicklung in der arabischen Sprache aber nicht so dass du sagst ja das Arabische vor 100 oder 500 Jahren versteht kein Mensch heute natürlich gibt es ein paar Begriffe die nicht mehr so benutzt werden aber im Allgemeinen verstehst du wenn du Arabisch kannst verstehst du was der Prophet gesagt hat natürlich die Taten sind entsprechender Absicht versteht jeder Mensch und das ist Arabisch vor 1400 Jahren und das wie gesagt ist ein Wunder der arabischen Sprache und das gibt es nicht in anderen Sprachen und das ist ein Grund es gibt viele Gründe warum Allah eben diese Sprache ausgewählt hat aber es ist ein Grund warum Allah diesen Koran auf Arabisch offenbart hat und nicht auf einer anderen Sprache und das ist ja nur 1400 Jahre die arabische Sprache ist viel älter viel älter aber darum geht es nicht weil es gibt ja Leute die sagen ich will nur bewiesen ist super dann belassen Ismail hat schon arabisch gesprochen Adam hat schon arabisch gesprochen die Namen der jenigen die verehrt wurden zur Zeit von Nuh das sind arabische Namen aber so weit wollen wir nicht weil derjenige mit dem du diskutierst vielleicht gar nicht an Allah glaubt oder den Koran dann sagen wir zumindest die 1400 Jahre die kannst du nicht bestreiten also wer das bestreitet da brauchst du gar nicht lange mit ihm zu diskutieren und diese Sprache wird bis zum heutigen Tage genauso gesprochen natürlich wie gesagt ein bisschen Änderungen gibt es das bedeutet der Koran ist aziz niemand kann da etwas verändern keine Vokalisation wenn jemand kommt und würde sagen Alhamdulillahi würde jedes Baby sagen es heißt Alhamdulillahi und nicht Alhamdulillahi und das ist eine Besonderheit der arabischen Sprache liebe Geschwister und deswegen müssen wir stolz sein auf diese Sprache egal ob du Araber bist oder nicht wisst ihr dass die größten arabischen Wissenschaft die größten also wisst ihr was größte bedeutet das heißt es gibt keiner der mehr weiß natürlich außer Allah subhanu ta'ala einer wie Sibawai ist gar kein Araber Sibawai ist bekannt Sibawai das ist top also das ist der oberste gelehrte der arabischen Sprache ist kein Araber aber warum war der besser als alle Araber besser als alle Araben er ist also wenn du heutzutage arabisch lernst ja wer hatte nun recht Sibawai sagt Punkt das war Sibawai hat gesagt Punkt Sibawai oder Sibu ja wird das auch das ist kein arabischer Name ja warum hat er das so gemacht weil Allah liebt so einfach ist das weil Allah liebt warum hat er arabisch gelernt damit er einen Job findet weil es die Sprache des Korans ist das bedeutet auch es ist ein Buch wodurch du stolz erlangst wenn du dich daran hältst aber wenn du diesen Koran vernachlässigst er interessiert dich gar nicht dieser Koran dann ist klar dass man nicht diesen stolz empfindet die zweite Bedeutung also die erste Bedeutung war Al-Aziz im Sinne von der Mächtige Subhanahu wa ta'ala und die andere Bedeutung ist der Ehrenvolle der Ehrwürdige Subhanahu wa ta'ala wie wir vorhin die Ayah erwähnt haben man kane yuridul izzah also hier izzah von Würde nicht von Macht natürlich Macht führt auch zu Würde aber es geht darum wer Würde Stolz erlangen will so gehört alle er Würde Allah das heißt was also folge Allah sei ein Diener Allah Und Allah sagt Sie sagen den Niedrigeren ich meine den Propheten aus ihr vertreiben sie sagen wenn wir zurückgehen schmeißen wir raus also sie meinen den Propheten dann sagt Allah doch Allah gehört die Überlegenheit und auch seinem Gesandten und den Gläubigen aber die Heuchler wissen nicht das heißt Allah ist der Einzige der zu Ehrwürde zu Stolz führt jeder Mensch liebe Geschwister hat eine Neigung Ansehen zu bekommen warum haben die Leute so viele Ausgaben wie bekommt man heute Ansehen fettes Auto fettes Haus alles was mit Fett zu tun hat Außer Körper vielleicht nicht Auf jeden Fall durch diese Sachen erlangst du was Ansehen Hallo ich bin es also ich bin der Wichtigste warum bist du ich habe Geld zum Beispiel durch Geld oder durch Connections Junge ich bin per du mit dem König und dem Kaiser und dem Sultan und dem was ich was das heißt durch Menschen entweder du hast Ansehen Stellung Anerkennung Stolz nenne es wie du möchtest durch Geld oder durch was durch Verhältnisse oder Connections eben und die engsten Beziehungen die du haben kannst die engsten Menschen die dir beistehen sind wer abgesehen von Religion Eltern bitte noch näher als Freunde sind wer ja Familie und deswegen erwähnt Allah diese zwei Sachen Vermögen und Kinder weil die Kinder das sind die ersten die sich einsetzen werden für dich natürlich gibt es immer Ausnahmen meine Kinder aber das ist ja nicht die Regel die Regel ist dass Kinder sich einsetzen werden für dich und natürlich dann auch Freunde und so weiter und so fort aber jauhmil qiyama da kannst du tausend Kinder haben die bringen dir nichts tausend connections haben das bringt dir nichts du kannst Geld haben wie viel hat der reichste Mensch auf dieser Welt wüsste das oder in Deutschland wie viele über 40 Milliarden waren es hier vor kurz auf der Welt 116 Milliarden Ja auf jeden Fall möge Allah in Recht leiden und uns auch ja auf jeden Fall stell dir mal vor du hast diese 100 Milliarden und wie viel nimmst du mit vor paar Tagen ist der Amir von Kuwait gestorben habt ihr sein Grab gesehen und wie sieht es aus Sonnt das war es das ist dein Ende du kannst der König sein auf dieser Welt du kannst so viel Geld haben auf dieser Welt am Ende hast du eine Grube die so lang ist und so breit ist wie dein Körper mehr nicht du nimmst nichts mit außer deine Tat und das hat der Rasul verstanden wie ich vorhin gesagt habe warum schläfst du auf dieser Hasir in den arabischen Ländern jetzt ist es aus Plastik aber vorher war das ich weiß gar nicht wie es auf deutsch heißt ja aber nee das war Leaf Palm Phase aber diese Teppiche die aus so wie Ästen sind und so Stroh Barakallahu Fik Stroh schon mal darauf gebetet Junge 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 da kriegst du noch Hornhaut das ist wirklich so alle haben noch Hornhaut heutzutage ist Plastik oder Teppich schläft man ein während dem Sujud weil es so gemütlich ist dann schlaf mal auf so Stroh Dingens da weil wenn es geflechtet wird dann eins hoch dann wieder runter und verstehst du das drückt voll und der Prophet Sallallahu Sallam schläft auf sowas und der König von Persien und der Kaiser von Rom in Saus und Braus und da sagt Rasul Sallallahu Sallam also dieser Wort das sind deine Sorgen also darum geht es dir Rasul Sallallahu Sallallahu Sallam hat überhaupt nicht daran gedacht schönes Bett es heißt nicht dass es Haram ist kannst dein Wasserbett benutzen oder Rasul Sallallahu Sallam was es ist es heißt nicht dass es Haram ist sondern es geht darum was ist wenn ich es nicht habe ist es ein Weltuntergang einige für die wenn die nicht ein gewaltiges Auto haben oder Kleidung wenn das nicht eine Marke ist Weltuntergang ich kann so nicht raus Kher Inshallah bist du nackt Nein aber da ist nicht die Marke da 5 Kilometer drauf auf meinem T-Shirt oder Allahu Ag das heißt diese Verhältnisse sind ja kaputt bei uns und genau darum geht es was steckt in deinem Herz die Liebe zu Allah oder die Liebe zur Dunja möge Allah aus unseren Herzen sämtliche weltliche Angelegenheiten austreiben und möge Allah unser Herz mit der Zähn zühlt mit der Zähn aus dem Allah Du machst mächtig oder stolz, wen du willst, und du erniedrigst, wen du willst. In deiner Hand ist all das Gute, gewiss, du hast zu allem die Macht. Und das sehen wir doch. Leute, die Macht hatten, haben keine Macht, wurden gestürzt. Leute, die keine Macht hatten, haben Macht. Es ändert sich, so ist die Geschichte, so ist die Weltgeschichte. Und deswegen, diese Dunia, deswegen darfst du nie traurig sein. Egal was. Nur bei einer Sache musst du traurig sein, wenn du deine Religion verlierst. Wenn du dein Iman verlierst. Wenn du Gesundheit verlierst, im Paradies bist du wieder gesund. Wenn du dein Geld verlierst, im Paradies wirst du so viel haben. Wenn du deine Umgebung verlierst, im Paradies wirst du noch bessere Begleitung haben. Nur eins findest du im Paradies nicht, wenn du in der Dunia deine Religion verlierst. Dein Gebet, deine Beziehung zu Allah, subhanahu wa ta'ala, das kann man nicht mehr nachholen. Alles andere kriegst du noch besser. Das haben wir auch sehr oft erwähnt. Warum gibt es Leute, die nicht mehr beten oder nicht mehr so sehr religiös sind? Weil sie wollen ihren Spaß in der Dunia. Man will halt Spaß, man will raus und so weiter im Haram jetzt. Warte doch ein paar Jahre und dann kannst du alles haben, was du willst im Paradies. Es ist nicht so, dass wir nicht Party machen wollen. Nur nicht heute. Im Paradies, inshallah wa ta'ala, dann geht es ab. Dann kannst du machen, was du willst. Aber dafür bezahlst du Eintritt. Fünf. Fünf was? Fünf Gebete kostet das. Es kostet fünf Gebete Eintritt, ja, mit Vorkasse. Es gibt keine Abendkasse, wie man das nennt, ja. Also jetzt musst du bezahlen und nicht erst später. Aber wenn du jetzt zahlst, dann hört dieser Genuss nicht mehr auf, Yawm al-Qiyamah. Mit dem Propheten, sallallahu alayhi wa sallam, den Sahaba. Möge Allah uns den Eintritt ins Paradies gewähren. Umar, das hatte ich ja vorhin erwähnt, sagte, wir sind ein Volk, welches Allah durch den Islam zur Würde brachte. Sobald wir die Würde in etwas anderes suchen außer dem Islam, wird er uns erniedrigen. Und das ist wirklich etwas Schlimmes, wenn man versucht, Anerkennung oder Würde zu bekommen, indem man seine Religion verkauft, indem man eben nicht mehr so islamisch lebt, damit was? Damit man Anerkennt, Anerkennung bekommt. Allah azza wa jajal sagt, وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌ عَزِيزٌ Und Allah wird ganz gewiss diejenigen helfen und unterstützen, die ihm helfen. Wie willst du Allah helfen? Braucht Allah deine Hilfe? Was soll das heißen, die Allah helfen? Ja? Ja, was heißt das? Zum Beispiel, zum guten Aufruf ist schlecht verliebt. Genau, also indem du die Religion umsetzt. Du kannst viel tun, dass du Allah anbetest, dass du einen guten Charakter hast, dass du zum guten Aufrufst. Das sind alles Sachen, wodurch die Menschen, also die Muslime wieder zur Würde gelangen, zu Respekt, zur Anerkennung gelangen. Natürlich an allererster Stelle Anerkennung bei Allah subhanahu wa ta'ala. Was sagt Allah azza wa jajal? Allah unterstützt diejenigen. Dann geht es weiter. Also Allah wird ganz gewiss denjenigen helfen, die ihm helfen. Allah ist wahrlich stark und überlegen. Und jetzt kommen die Eigenschaften. Ihnen wird Allah helfen. Wem? Die, wenn wir ihnen eine feste Stellung auf der Erde verleihen. Also wenn sie Geld haben und Macht haben oder eben Fähigkeiten besitzen. Du hast Geld. Du hast einen Job. Du bist gesund. Allah hat dir die Gaben gegeben. Was machst du jetzt? Allah sagt, wenn wir ihnen eine feste Stellung auf der Erde verleihen, das Gebet verrichten, die Abgabe entrichten, das Rechte gebieten und das Verwerfliche verbieten. Das ist die Bedingung, dass Allah azza wa jajal dich beschützt. Und Allah gehört das Ende der Angelegenheit. Dieser Schluss der Erde, der Ayah, ist wieder ein Vitamin für den Menschen, dass man die Hoffnung nicht aufgibt. Allah gehört das Ende. Der Deutsche sagt, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, ihm gehört das Ende. Das heißt, er legt fest am Ende, was passiert. Also gibt die Hoffnung nicht auf. Aber die Frage ist, was hast du getan? Bist du nur am Schlafen und am Essen? Oder betest du, rufst du zu Allah subhanahu wa ta'ala auf? Zeigst du den Menschen, was die Religion ist? Oder bist du passiv? Dass du nichts für die Muslime machst in deiner Umgebung. Und zwar im Rahmen deiner Fähigkeiten, was du kannst. Du kannst einen guten Charakter vorzeigen, dann auf der Arbeit, bitteschön, dann ist das die Lösung. Du kannst als Arbeiter zeigen, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam dich erzogen hat, durch deinen Charakter, durch deine Vertrauenswürdigkeit. Dann bitteschön, damit führst du den Islam zur Würde. Aber wenn du natürlich lügst und betrügst und so weiter und so fort, dann ist klar, dass die Muslime kein Ansehen bekommen. Zu den Taten, die der Prophet sallallahu alaihi wa sallam erwähnte, womit man von Allah Ehre und Würde bekommt, gehört auch die Demut. Also wenn du spendest für Allah, dann darfst du nicht sagen, ich habe jetzt 5 Euro weniger. Das ist falsch, das ist Mathe, das ist aber kein Aqid. Und es ist unterschiedlich, ob du jetzt mathematisch rechnest oder Aqid-technisch rechnest. Weil 1 Euro, also 10 Euro minus 1 Euro ist in Mathe wie viel? 9. Und in der Aqid ist wie viel? Barakallahu fiq, vielleicht sogar 700, 7000. Ja, aber ich habe so viel gespendet, am Ende hatte ich immer nicht so mehr. Ja, aber du warst weniger krank. Das Leben hat dir mehr Spaß gemacht. Deine Kinder haben nicht so viele Probleme bekommen. Deine Eltern leben und du kannst sie besuchen. Kannst du das mit Geld irgendwie bezahlen, sowas? Das sind Gaben Allahs. Es geht nicht nur um, dass es klingelt hier, die Münzen. Sondern Gesundheit ist auch eine Gabe Allahs. Also keine Spende verringert den Besitz und Allah wird einem Diener mit der Verzeihung nur noch mehr Würde verleihen. Nachsicht, Vergebung, dass du einem verzeihst. Er war schuld. Egal, kein Problem. Er war schuld. Wir sind Brüder. Ah, du erniedrigst dich. Ja, ich erniedrig mich für Allah. Und wer sich für Allah erniedrigt, den wird Allah würdigen. Der wird eine hohe Stellung haben, auch unter den Menschen. Und so war der Prophet, wurde er nicht beleidigt, wurde er nicht beschmissen. Mit Müll, mit Gedärme der Tiere wurde er beschmissen. Und wer ist der ehrenvollste Mensch? Al-Rasul, sallallahu alaihi wa sallam. Da müssen wir auch uns eine Scheibe abschneiden, dass wir eben uns trainieren. Es ist nicht einfach. El-Shaytan wird sich nicht in Ruhe lassen. Wie kannst du nur, er hat doch angefangen, er ist doch schuld. Und guck doch mal und so weiter. Ich mach's für Allah. Aber was sollen die Menschen von dir denken? Die denken, du bist ein Feigling, du hast keinen Mut. Ich mach's für Allah. Mir ist doch egal, was die Leute denken. Ich mach's für Allah, subhanahu wa ta'ala. Ich vergebe ihm. Dann wird er doch noch mehr machen, sagt der Scheitan und so weiter. Und wenn? Ich mach's für Allah, azza wa jah. Einfach nur etwas machen für Allah, subhanahu wa ta'ala. Und je mehr jemand für Allah demütig ist, umso mehr wird er ihn. Erhöhe. Zum Abschluss nur eine kleine Randnotiz. Al-Mu'izz, was sehr oft in den Listen der Namen Allahs erwähnt wird, ist nach Ansicht vieler Gelehrte kein Name Allahs. Warum? Weil er so weder im Koran noch im Sunnah erwähnt wurde. Al-Mu'izz. Es gibt ja diese Liste, der Namen Allahs verbreitet. Ist ja überliefert, aber nicht vom Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, sondern von einigen Gelehrten. Und zwar Al-Walid ibn Muslim, rahimahullah ta'ala. Und er hat versucht, die Namen abzuleiten aus Koran und Sunnah und sagte, Al-Mu'izz ist ein Name Allahs. Allerdings, sagen die anderen Gelehrten, Al-Mu'izz steht nirgends im Koran oder in der Sunnah. Du führst zum Stolz, wenn du willst, und du erniedrigst, wenn du willst. Du führst zum Stolz, das ist was? Das ist ein Verb. Du führst zum Stolz. Das ist kein Nomen, kein Substantiv. Also hat sich Allah so nicht genannt. Er hat nicht gesagt, Al-Mu'izz, sondern in diesem Dua, du führst zum Stolz. Also ist es ein Verb und kein Nomen. Und daher können wir nicht Allah Al-Mu'izz nennen und auch nicht Al-Mu'izz, der erniedrigende, also der zur Erniedrigung führt. Aber das ist nur eine Randnotiz.